Tunden, Thesen, Temperamente, das ist nicht etwa der Titel einer neuen Talkshow auf RTL, nein, es klingt eher nach dem Motto einer schwulen Laudatio. Am 15. Februar könnten diese Worte eventuell in der Kalkscheune erscheinen, denn dann wird die Gay Academy dieses Jahr zum ersten Mal ihre schwulen Oscars unters Volk bringen. Nominiert sind die heißesten und berühmtesten Dragqueens der Stadt, unter anderem in der Kategorie Beste Lügnerin oder Übelste Hautkonsistenz. Wer genau ins Rennen geht, soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Nur eines ist sicher, die Dankesreden werden wohl einen Hauch verzickter über die Bühne gehen, als wir es von einem Spielberg gewohnt sind. Einen Gesamtauskar sollte man in jedem Fall für Mega-Outfits und Make-Ups reservieren. Wer also mit der schlechtesten Haut tanzen will oder sich auf die Jagd nach dem verlogensten Schatz begeben möchte, kann dies nur am kommenden Montag und dann wird es wohl auch nicht nur heißen and the winner is, sondern auch und die hässlichste Tonte ist. Ja, das wird sicher ein sehr, sehr buntes Ereignis. Bei mir im Studio ist jetzt einmal Jerome Castell. Hallo, Ruta Weich. Schön, dass du da bist. Und Martina, wie süß. Hi, Charly. Schön, dass du da bist. Sag mal, für welche Kategorien, heißt das, habt ihr denn nominiert? Ja, ich gar nicht. Doch, ich bin das perfekteste Bühnengetrampel. Mal sehen, also wer trotz heftigster Bemühungen nie von der Bühne gestürzt ist beim Tanzen, aber man weiß ja nicht, wer gewinnt. Also nominiert bin ich zumindest. Und Martina ist, glaube ich, die beste und frischeste und jüngste Haut. Genau. Hey, 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 nicht schlecht. Haben das schon viele angerufen? Sag mal, wie ist denn Tosca überhaupt entstanden? Ja, wir haben uns überlegt, dass eben Drupal und Romy und die ganzen Leute, die schon seit Jahren auf der Bühne stehen und Filme gemacht haben ohne Ende, die haben ja nie einen Oscar bekommen, die wurden ja nicht mehr nominiert. Und wir sind ja eigentlich auch die Schuhpferde überhaupt, immer glamourös, immer over the top. Und ich dachte, dann müssten wir uns eigentlich mal selber einen Oscar vergeben. Und dann heißt der T-Oscar, weil das ist dann der tunden, transistierten, transistierten, track mean Oscar, Oscar. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird das ablaufen? Ist das wirklich so wie in Los Angeles mit ganz vielen Llammen? Mit Limousinen. Ja, ich hoffe, dass alle Zuschauer bekommen. Zumindest der Glamour ist auf jeden Fall gesorgt an dem Abend. Ja, genau. Ist dann vorher auch so Friseurtermin angesagt und alles? Auf jeden Fall. Ich habe meine eigenen Studie schon... Wärme, wenn alle Friseurstudien stattgebucht. Tut mir leid. Am Montag findet es statt. Ja, also ich hoffe, dass die Leute eben wirklich mit ihren Limousinen vorfahren. Dann gibt es eine dreisturige Show. Es geht halt also alles auch über Video, über Videobieamer. Werden sehr viele Filmausschritte gezeigt, werden in der Filmverspiel, ist ja klar. Klar. Und dann gibt es eben die Nominees, aber wir verarschen das natürlich auch nicht. Wir müssen es ja übrigens selber ein bisschen lustig machen. Mal mit so einem zwinkernden Auge. Wisst ihr schon, was ihr anzieht? Oder bis zur letzten Sekunde so, oh, das, das, das? Genau, 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 genau so. Bis zur letzten Sekunde, ja. Bis oder nicht. Ich habe dann Negligi oder Understatement oder Overdressed, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall für die Sommermode, glaube ich. Ah, naja, da bist du ja schon so ein bisschen in Schmissung hier. Auf jeden Fall. Du musst du sehen, es bist du besser. Das ist kandellass. Habt ihr da auch so ein Zettelchen in der Tasche, Dankesrede? Ja, nee, sie darf ganz kurz sein, weil diese ganze Schule, die das schon drei Stunden, die Leute, die sich bedanken, sagen, du bist so, thank you, ich bedanke mich. Und das war's. Also keine Dankesreden, keine großen Lobhymnen, will ja keiner mehr sehen. Also es ist ja eine Persiflage praktisch an mir. Also so, als. Aber trotzdem, ich meine, obwohl es jetzt Persiflage ist, ist es so, euer Traum auch mal in so einem fetten Hollywood-Schinken mitzumachen? Was würdet ihr da gerne spielen? Ja, Gloria Swanson. Boulevard der Dämmerung. Partnerin von Leonardo DiCaprio. Oh, du wieder. Ist das so euer richtiger Oscar-Kandidat, Leonardo? Wobei, der ist dieses Jahr überhaupt nicht nominiert, ne? Ich glaube auch nicht. Nö, eigentlich nicht. Johnny Depp, finde ich süßer. Aber der ist dieses Jahr auch nicht, ist der dominiert? Dominiert. Ja, nominiert. 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 Nö, ich bin nicht. Also wer, der wäre mein Kandidat für den Oscar. Barbra Streifen sollte einen kriegen, unbedingt. Die Nase, die Stimme, unbedingt. Babsi. Die hat's verdient. Am Montag auf jeden Fall erstmal Tosca-Time. Wann geht's los? 19.30 Uhr ist Einlass, ne? Genau, um 21 Uhr beginnt die Show. Das geht dann etwa mit Pause, drei Stunden. Also ne, nehmt euch was. In der Kalkscheune. In der Kalkscheune. Nicht vergessen. Genau. Ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt. Und du hast noch was vorbereitet, ne? Von wegen Oscar. Ja. Ich würde ja genau, ich verleihe ja den Kieren. Ich sage Bühne frei. Für mich. Ja, sehr, sehr. Ach gut, der sagt sich so schön an. Ich kann nicht mehr weiter. Ich bin überglücklich. Mr. Demille, erlauben Sie mir ein paar Worte. Danke. Ich wollte euch nur sagen, wie glücklich ich bin, wieder bei der Paramount zu sein, wieder arbeiten zu können. Ihr könnt nicht ermessen, wie mir das alles gefehlt hat. Aber ich verspreche euch, euch nie wieder zu verlassen. Und da hat der Salome einen Film und wieder einen und wieder einen. Das hier ist mein Leben. Es wird immer mein Leben sein. Die Scheinwerfer. Das Licht. Und die Kameras. Und im Dunkeln die begeisterte Menge der Zuschauer. Ja, Mr. Demille, ich bin fertig für meine Großaufnahme. undilberuf. Ja.